Eine Produktvorstellung, Tether Tools und zwar so eine Kleinigkeit, die einem das Leben einfach einfacher macht. So diese kleinen Dinger, die man sich selbst nicht kauft, lasst dir geschenken, weil es irgendwie ärgerlich ist, da 17 Euro kostet es, glaube ich, für zu bezahlen. Aber es hält dann hoffentlich auch ein Leben lang. Und zwar, es ist dieses kleine Ding, steht aus zwei Teilen, das befestigt ihr an der Kamera und das befestigt ihr an dem Tether-Kabel. Wenn ihr also Tether schießt in die Lightroom oder wohin auch immer, dann kennt ihr das sicherlich, das Problem, man stellt das Kabel rein. Und früher oder später, also mir passiert das immer, früher oder später stolpert man drüber. Was ich bislang gemacht habe, das halt immer so zweimal, ja, das ist irgendwie doof. Das habe ich mich halt letzte Woche mal überwunden und habe mir endlich das blöde Kabel gekauft. Und es ist super einfach zu bedienen, so irgendwie schneidet man sofort, man macht das ran. Wenn ich jetzt auf dem Kabel stolper, dann verbiegen sie, weil das USB-Kabel ist zwar für sich nicht teuer, aber ich habe schon einen ganzen, ich habe einen relativen Verbrauch, weil ich dann dauernd drüber stolper und die Dinger dann verbiegen. Und das ist auch so ein bisschen verbogen, aber es funktioniert noch. Und deswegen habe ich mir das Ding gekauft. Also, quick and easy, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, mehr kann das Ding auch nicht. Wie gesagt, nächster Geburtstag oder Ostern steht auch vor der Tür oder so, sagt das eurer Frau oder eurem Partner, dass ihr setzt bei euch auf die Einkaufsliste quasi. Super praktisch. Okay, also, Quick-Tipp. Tschüss.